Hallöchen ich hab noch mal Post aus Vietnam so wie es aussieht ich weiß noch nicht was das sein soll also ich hab ja die MOSFETs bestellt also wenn ich hier so drücke ich find da nur ein dickes Teil drinnen da das fühlt sich nicht an wie die MOSFETs das sollten 10 MOSFETs sein das fühlt sich aber nicht so an wir gucken gleich mal rein ich weiß nicht was das ist okay ich sag mal so ich weiß jetzt was es ist ja doch das hab ich bestellt ich war eben echt irritiert was soll das sein was sind die MOSFETs aber wer packt bitte MOSFETs so ein hallo also das hätte ich jetzt ja auch noch erwartet dass das ein bisschen besser eingepackt ist und nicht so in ein kleines Tütchen so in die Ecke so zusammengeknuddelt und dann da so eingewickelt und guckst was ist das denn für ein Ding sind das jetzt auch 10 Stück ich hab das gar nicht gezählt äh 2, 4, 6, 8, 10 Stück gut ähm ja dann kommt wohl der nächsten Stream da drüber gut tschüssi und dann kommt wohl der nächste